Die Fürstenwalder Stadtbibliothek hat heute ihren 100. Geburtstag gefeiert. Eingeladen waren alle über 3600 registrierten Leser und Freunde der Bibliothek. Mit gezeichneten Glückwünschen von jungen Lesern wurden die Besucher schon im Treppenhaus empfangen. Viel zu entdecken gab es aber auch zwischen den über 50.000 Büchern, Filmen und CDs. Ob beim Buchigelbasteln aus alten Büchern oder im kleinen Theater der Bibliothek. Im Bett? Nein. Wie heisst du? Leonard. Habt ihr alle den Kopf dabei? Ja. Hey! Hey! Absolut überhaupt kein Leonard!